Vor mehreren Wochen haben Ärzte gesagt, sie hat Tumor, die Todesspritze gegeben. Ich habe es nicht gemacht, Gott sei Dank. Ich habe gesagt, ich überlasse es Gott. Und sie war sehr stark im Charakter, hat sechs Wochen durchgehalten, hat einen ruhigen Platz gesucht und ist gegangen. Eine einzige Liebewesen, die so eine Liebe zu den Menschen geben. Und du hast deine Freundin verloren, mit der du groß geworden bist. Im Großen und Ganzen. Jeder von uns kommt dran, ob Tiere oder Menschen. Und ein Kommen und Gehen. Und Wunde, wie gesagt, ganz, ganz, ganz tolle Liebewesen. Ganz tolle Liebewesen. Wir geben alles, wir geben durchs Feuer. Wir geben durchs Feuer, die eigene Herrschung. Wir tun alles, wir eigene Herrschung. Das sind wahrscheinlich die letzten Stunden, die letzten Tage von meinem besten Freund. Wir geben zwischen 9,000カantien. non- watershung. Aber im 30- vaya persona.